Meine Damen und Herren, irgendjemand hat mal behauptet, zu Silphus soll ein glücklicher Mensch gewesen sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe kein Facebook-Account und ich vertraue... ... in die vierte Ebene, in die fünfte Ebene darunter gesehen habe. ... einfach die Angriffsfläche, auch... ... davon ausgehen, dass auch weitere Anschläge in Europa stattfinden können.